Sommer in Nürnberg. Bier her, Bier her oder ich fall um. Brust rein, Bauch raus, runter mit den Klamotten und raus mit der ganz, ganz großen Tüte. Norisring, wir halten fest. Das zu einem echten Audiana auch ein Kanu gehört. Wildwasser-Dutzenteich, Kanuhandball, Wasserbootball, Bootspolo oder keine Ahnung, wie man das nennt. Albuquerque Grin gegen Molina Tombe. Frei nach der Rothaut-Saga, das Comanchen ab und an, auch Blanschen. Tore fallen auch noch. 2 zu 1 gewinnt Team Blau, da klatschen, auch Apachen. Hau! Dass Mercedes irgendwie das gefühlt 783. Jubiläum gefeiert hat. Diesmal 25 Jahre Mercedes und der Norisring. Mit vielen DTM-Stars der Vergangenheit. Von A wie Asch über F wie Fessler, J wie Jäger, L wie Ludwig und S wie Schneider bis hin zu Z wie... Puh, gar keiner mit Z da. Dafür alle Autos von damals bis heute. Und die sehen doch immer noch schick aus. Oder? Dass Christopher Marx auch da war, wie den kennen sie nicht. Das ist der Tischkicker-Weltmeister. Und ihm begegnet man besser mit frisch geölten Stangen. Aber dann legt er los. Alleine gegen zwei. Die in der Folgezeit regelrecht deklassiert, gedemütigt, weggeputzt werden. Auweia! Eigentlich wäre der doch was für die Klubere, oder? Und dass auch BMW ins Wasser bzw. aufs Wasser geht. Mit allen acht Seemännern. Nur die treten lieber. Tretbootrennen auf dem Dutzenteich. Und das Duo Timo Glock, Marco Wittmann gibt Schwanensee. Ja, Mama, alles in Ordnung soweit. Wehe, wem da Übles schwarnt. Und wie immer gilt am Norisring. Ente gut. Alles gut.